Das ist sie, Magdalena Neuner, Deutschlands große Medaillenhoffnung für die Weltmeisterschaft, Publikumsliebling. Zehn Tage hat sie mit ihren Teamkolleginnen zuletzt noch einmal intensiv trainiert. In Osttirol bei besten Bedingungen. Jetzt steht das große Biathlon-Spektakel vor der Tür. Ich freue mich jetzt drauf. Ich bin gespannt, wie es wird in Ruppalding. Es wird mit Sicherheit eine tolle Stimmung im Stadion. Es werden verdammt viele Leute da sein. Sechsmal wird sie bei der WM starten, in den vier Einzelkonkurrenzen und in zwei Staffelrennen. In jedem Wettbewerb möchte sie eine Medaille gewinnen. Ihr Selbstvertrauen ist groß, denn keine andere Biathletin hat wie sie in diesem Winter acht Weltcup-Siege geschafft. Die Arbeit fehlt dafür. Ich habe einen sehr guten Mentaltrainer, der mich da gut durchführt. Ich habe gute Trainer, die mich in sportlicher Hinsicht, was Laufen und Schießen betrifft, optimal unterstützen. Und ich denke, das ist momentan eine sehr gute Kombination. Ruppalding wird die letzte große Station einer Karriere im Express-Tempo sein. In fünf Jahren erreichte Magdalene Neuner all das, wovon Sportler träumen. Mit 19 holte sie in Südtirol ihre ersten WM-Titel. Mittlerweile hat sie zehn davon. Dann der große Gipfelsturm 2010, die Olympischen Spiele in Vancouver. Sie wird Olympiasiegerin sogar zweimal. Für mich ist Olympia traumhaft gelaufen, wirklich total toll. Die Erfolge zahlen sich aus. Die Sponsorin Stehenschlange, Deutschlands populärste aktive Sportlerin, kann sich ihre Werbepartner aussuchen. Sie verdient Millionen und hätte ihren Werbewert ins Unermessliche steigen können. Doch sie macht Schluss mit 25. Anfang Dezember kündigt sie ihr Karriereende an. Der Hauptgrund? Die fehlende Motivation. Dazu, dass ständige Medienrummel. Natürlich gehört halt das auch dazu, dass man halt mal gestresst ist, dass man halt viele Leute um einen rum haben, die einen beobachten, die schauen, was man so tut, die einem folgen auf Schritt und Tritt. Doch ihre Karriere hatte natürlich zumeist Sonnenseiten. Ich bin unheimlich erwachsen geworden die letzten Jahre in sehr schneller Zeit. Ich bin jetzt 25 und habe schon so viel erlebt. Und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür, für die ganzen schönen Erfolge, die ich feiern konnte. Ein Comeback von Magdalena der Großen wird es nicht geben, auf gar keinen Fall. Da konnten die Journalisten noch so oft nachfragen. In gut drei Wochen wird sie ihr Gewehr zum letzten Mal schultern beim Weltkabin Khandi Manzysk in Russland. Danach ist das Kapitel Biathlon in ihrem Leben abgeschlossen.